Hilft Yoga bei Depressionen? Ja, das ist eine einfache Frage, die einfach zu beantworten ist. Ja, Yoga hilft bei Depressionen. Da gibt es inzwischen auch einige gute Studien dazu. Man weiß, dass Meditation hilft gegen Depressionen. Man weiß, dass Tiefenentspannung hilfreich ist gegen Depressionen. Man weiß, dass Atemübungen hilfreich sind gegen Depressionen. Und man weiß, Sport ist gut gegen Depressionen. Und jetzt das Großartige ist, im Yoga machst du all das. In einer Yogastunde, mindestens in einer Yogastunde, wie wir sie bei Yoga Vidya lehren, machst du Anfangsentspannung. Da hilfst du, loszulassen. Und ein Gedankenkarussell beruhigt sich. Dann machst du Atemübungen. Atemübungen erwecken Prana, Lebensenergie. Du fühlst dich wieder lebendig. Das kann schon in der ersten Yogastunde geschehen. Du spürst plötzlich wieder, wie Energie durch deine Adern fließt. Und danach machst du Sonnengruß. Natürlich vielleicht nicht in der ersten Yogastunde, aber vielleicht nach ein paar Wochen. Aber du machst irgendwelche dynamischen Übungen. Dein Blut kommt in Wallung. Und dann merkst du, das macht doch was mit deiner Psyche. Und danach machst du die Yoga-Asanas. Du dehnst dich, du spürst den Körper, du spürst die Dehnung. Du stärkst die Muskeln, Kraftübungen, du spürst die Muskeln. Und da die Yoga-Übungen auch auf Energie wirken, spürst du plötzlich auch irgendwo Lebendigkeit. Du spürst Leben, Lebensenergie. Und plötzlich, während du dich irgendwo darauf konzentrierst, was eine Rückbeuge zum Beispiel für macht mit deinem Brustkorb und mit deinen Brustmuskeln, plötzlich spürst du eine Energie weiter. Und plötzlich merkst du, ups, da ist ja Freude. Ups, da ist ja Liebe. Und wenn du dann zum Beispiel in eine Vorwärtsbeuge gehst, merkst du, da ist ja Urvertrauen. Und wenn du dich am Ende in die Tiefenentspannung hinlegst, spürst du plötzlich, Mutter Erde trägt mich. Und vom Himmel her bekomme ich Energie. Und durch mich strömt Lebensenergie und Prana. Ja, all das hilft so sehr bei Depressionen. Und ich kenne so viele Menschen, zum Teil solche, die lange Psychotherapien hinter sich hatten. Zum Teil Menschen, die mehrere Aufenthalte in Psychiatrie und psychosomatischen Kliniken hatten, die nach einer Woche Yoga-Ferienwoche das Gefühl hatten, es geht ihnen jetzt besser als seit Jahren. Also trotz allem anderen spezialisierten Sachen, teuren Sachen, die in den Krankenkassen viel Geld kosten, das Yoga hat mehr gebracht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Yoga immer allen hilft bei Depressionen. Es gibt auch einen Grund, weshalb es. Psychiater gibt Psychotherapeuten, psychosomatische Kliniken und Psychiatrien und die können Menschen viel Gutes tun. Aber ja, Yoga hilft bei Depressionen. Ich meine, jede psychosomatische Klinik und jede Psychiatrie sollte auch einen Yogaraum haben und Patienten das auch anbieten. Auch, ich kenne einige Psychotherapeutinnen, die mir sagen, seitdem sie die Yoga-Atemübungen in ihre psychotherapeutische Praxis integrieren, können sie endlich mit depressiven Patienten besser arbeiten. Denn die Depressiven haben ja das Problem der Energielosigkeit, der Antriebslosigkeit und der Sinnlosigkeit. Da ist es schwierig, damit Psychotherapie zu machen. Weshalb ja oft gesagt wird, die Depressiven sollten erst Psychopharmaka nehmen, dann kann man besser mit ihnen arbeiten. Oder andere sagen, jemand der Depressive soll erst dann mit Sport beginnen. Erst dann kann man mit ihm beginnen. Man kann es aber auch noch einfacher machen, eben mit Yoga, mit Atemübungen, mit Meditation, Tiefenentspannung. Wenn Du selbst betroffen bist, dann mach doch einen Yoga-Kurs mit. Oder nimm mal einen Mut zusammen und melde Dich zu einer Yoga-Ferienwoche an und mache dort mit. Oder mach es bequem zu Hause auf unseren Internetseiten. Gibt es den kostenlosen Yoga-Kurs für Anfänger und dort kannst Du zehn Wochen machen, jeden Tag kürze oder längere Übungspraxis machen. Du wirst merken, schon nach ein paar Tagen geht es Dir ganz anders. Ja, und wenn Du jemand anders kennst, der vielleicht depressiv ist, schenke ihm doch eine Yoga-DVD, schenke ihm einen Gutschein für einen Yoga-Kurs oder begleite ihn oder sie zum Yoga-Kurs oder mach mit ihm oder ihr zusammen eine Yoga-Ferienwoche mit. Das ist vielleicht etwas ganz Gutes für diesen Menschen. Alle Informationen auf yoga-vidya.de